Hallo liebe Freunde des guten Schmacks, Comic Engine hier. Es ist mal wieder etwas Zeit vergangen, aber ich sage euch, ich habe auch einen nicht zu knappen Lesestapel. Heute dabei habe ich Green Arrow Megaband 2 vor euch. Ich weiß, ich habe den ersten Band gar nicht hier vorgestellt, das soll jetzt aber auch nicht groß eine Verfehlung sein. Faktisch gesehen und zusammengefasst kann ich einfach sagen, dass man versucht hat im Rebirth Megaband 1 von Green Arrow, da hat man halt versucht einfach so einen Status Quo zu erstellen, der Neulesern einen Einstieg gibt und auch Leute, die die Reihe über das New 52 hinweg verfolgt haben und so weiter, weiter mitnimmt und meinetwegen vielleicht auch Leute, die die Arrow Fernsehserie und das ganze Arrowverse super abfeiern. Für mich war dieser Band auf jeden Fall sehr, sehr cool, der Einstieg war wunderbar. Die ganze Beziehungsgeschichte zwischen Black Canary und Green Arrow ist für mich sowieso ein Highlight, weil ich sage mal, ich komme mit meinem Green Arrow Fan sein aus einer Zeit, wo er in der Justice League Fernsehserie Black Canary hinterher geschaut hat und versucht hat sie anzuflirten und alles. Der Kevin Smith Run ist für mich ganz groß, da habe ich auch ein Video von gemacht hier und jetzt steige ich natürlich liebend gern bei Rebirth wieder mit ein, nachdem der New 52 Green Arrow oder Oliver Queen mir nicht so gut gefallen hat. Könnte an dem mangelnden Bart liegen. Bärte sind toll! Jetzt hat er wieder ein Bart und ich muss sagen, dieser Band war sehr, sehr cool. Man hat ja, wie ich gerade gesagt habe, im ersten Mega-Band versucht, Green Arrow oder Oliver Queen auf einem gewissen Status Quo zu bringen, beziehungsweise so die Gegebenheiten zu arrangieren, dass es definitiv gut für Neuleser passt. Das heißt, was hat man getan? Man hat ihm so mehr oder weniger grob ein Team zur Seite gestellt, sein Love Interest ist am Start und man hat ihm seiner Millionen beraubt. Ist ein Held ohne Kohle und das macht ihn oder hebt ihn dann schon wieder so ein bisschen ab von einigen anderen Helden aus dem Comic-Universen, die wir so kennen. Ich meine, Tony Stark hat Kohle, Bruce Wayne hat Geld, Peter Parker hatte seine eigene Firma zuletzt und dadurch, wenn man Oliver Queen diesen Dingen beraubt, seiner Firma und allem, die halt benutzt wird für Geldwäsche, für so eine riesige Mafia-mäßige Untergrund-Welts-Bank von dem sogenannten 9. Circle, dann hat das was. Ja, und Oliver Queen hat aber immer noch seine Green Arrow Identität und diese nutzt er auch. Zu Beginn dieses Bandes wird halt jede Menge darüber diskutiert, ob Green Arrow ein Held ist, ob die Stadt ihm vertrauen kann, ob die Bürger ihm vertrauen können und da sind die Stimmen sehr unterschiedlich, die sind sehr kritisch, das alles hat so auch gewisse politische Aspekte, weil Green Arrow ja ein sehr liberal eingestellter Charakter einfach ist und das finde ich gut, wenn er dann zum Beispiel auch zu einer Pharmaindustrie-Chefin geht und sagt, ey, du musst die Hälfte von deiner Kohle spenden und richtet einen Pfeil dabei auf sie, dann hat das einfach was. Das wird dann hier alles durch so Fernseh-Interviews eingeblendet in diesem Comic-Buch und das ist dann so eine gewisse, so ein paar Frank-Miller-Vibes, so Dark Knight Returns-mäßig. Finde ich, kommt das dann so rüber und hier sehen wir das mit der Pharma-Konzern-Chefin. Finde ich, ist eine lustige Idee. Es gefällt mir, es macht den Einstieg auch gut. Es ist so, als würde man in ein Mysterium einsteigen, so wie, oh mein Gott, da gibt es einen Vigilanten und so weiter. Und ja, das macht den Einstieg im Megaband 2 wirklich sehr gelungen, obwohl man überhaupt nicht so richtig das Wissen aus dem ersten Band an dieser Stelle brauchte. Man weiß jetzt natürlich nur, okay, Green Arrow, Oli versteckt sich hier mit seiner Gang im Wald. Und Andy Diggle ist auch dabei, Black Canary, und er hat einfach noch ein bisschen andere Hilfe. Ja, was haben die Leute dann aber vor? Ich meine, er versucht ja weiter, seinen Job zu machen als Green Arrow, stoppt Code Cops und so weiter und so fort. Und die Leute, die ihn seiner Firma beraubt haben, aus seinem Job geschmissen haben, eben wissen, wer er eigentlich ist. Wir probieren ihn dann natürlich weiter zu diffamieren und seinen Ruf in ein schlechtes Licht zu rücken. Und das ist dann natürlich sehr, sehr ätzend, wenn dann hier Leute auch getroffen werden, wie eben die Pharmakonzernchefin und eine Reporterin von Pfeilen, die auch Green Arrow gehören könnten. Das heißt, wir haben ja direkt mal so ein klassisches Problem, wie bei Flash, wird hier nicht ein anderer Speedster genommen, sondern scheinbar ein anderer Schütze, der Ollis Ruf in die Scheiße reitet. Das ist ein sehr, sehr klassisches Thema irgendwie, wenn man halt einfach einen vergleichbaren Gegner zu unseren Helden nimmt und die dann halt einfach dafür sorgen, dass unsere Helden einen Fall in der Geschichte erleben. Also dramaturgisch halt abfallen und dann natürlich diese Diskussion innerhalb der Stadt noch weiter angeheizt wird. Ist Green Arrow ein Held? Ist das irgendwie ein Nachahmer? Was zum Teufel ist hier los? Aber wir sehen trotzdem, ja, die Leute halten zu ihm. Er versucht trotzdem, die Sachen aufzuklären, stellt sich auch der Öffentlichkeit, stellt sich direkt der Polizei, um halt seinen Gegenspieler ausfindig zu machen, der dafür verantwortlich ist. Und ich liebe einfach den Stil hier drin, von Otto Schmidt gezeichnet. Und auch wenn es alles ein bisschen kantiger ist, aber allein die Green Arrow und Black Canary Bilder hier drin, die sind schon Gold wert. Also ich stehe da total drauf und finde es schade, weil in Heftform hätten wir da sicherlich einige Poster von drin gehabt und hier ist es jetzt nicht so. Und was mir sehr gut gefällt, ist einfach halt auch weiterhin so ein politischer Aspekt, weil man hier Cops hat, die halt rumrennen mit Masken und dann das Gesetz in die eigene Hand nehmen auf eine ganz radikale Art und Weise, während ein Police Chief, der hier auch eine wichtige Rolle für Olli spielt, wiederum versucht, den richtigen Weg zu finden, das Richtige zu tun und gegen diese Korruptheit vorgehen möchte. Das ist dann echt wunderbar. Hier die Seite muss ich mal kurz zeigen, wo man halt versucht herauszufiltern, wer könnte denn jetzt dafür verantwortlich sein, dass Ollis Ruf da so gefährdet wird. Ich finde, hat man hier eine wunderbare Seite erstellt. Also künstlerisch wird sich hier auch ausgetobt, wie ich finde. Und wer oder was dann letztlich dafür verantwortlich ist, dass Ollis Ruf da so ein bisschen im Argen liegt. Ich meine, da kann man jetzt, da möchte ich jetzt gar nicht so lange spekulieren lassen. Das spoiler ich jetzt mal ein bisschen. Achtung, das ist Malcolm Merlin. Also man hat hier damit jemand sehr, sehr Klassisches aus der Mottenkiste geholt, würde ich sagen. Oder auch nicht unbedingt, weil man hat diese Figur ja viel mehr im TV gesehen und auch sehr sympathisch besetzt mit John Barrowman. Deswegen, dass hier dann vielleicht ein bisschen zu einfach ist für viele Leser. Ich fand es aber cool, weil so hat man als Neuensteiger direkt einen Bezug zu wer gehört hier zur Schurkengalerie, mehr in die klassische Ebene. Und das hat mir sehr gut gefallen. Inwiefern Olli dann diesen Ruf los wird und ob er sich dann davon befreien kann, was ihm hier widerfahren ist, das möchte ich nicht sagen. Ich kann nur nochmal eben zeigen, dass diese Storyline auch von anderen Zeichnern übernommen wird. Hier auch von Juan Ferreira. Der einen wirklich sehr, sehr schönen, etwas weicheren Stil hat als Otto Schmidt. Ja, das ist dann schon mal ganz cool, wenn man dann ein Megaband hat, dass man da verschiedene Artists hat, die dann aber schon sehr ansprechend, wunderschön in ihren eigenen Bereichen sind. Und man hier auch einfach ein bisschen Abwechslung hat. Das heißt, man sieht, hier hatten die Leute Spaß dran, finde ich, die verschiedenen Künstler, diese Figuren aufs Papier zu bringen, was diesen Band da für mich jedenfalls zu diesen Punkten hin wirklich toll aussehen lässt. Und ich freue mich sehr darüber. Und ich kann nur sagen, es ist cool. Hier nochmal so ein Beispielbild. Ich meine, es sind einfach nur so Momentaufnahmen. Aber ich finde, das sieht einfach megamäßig gut aus. Man hat hier echt eine Menge Style reingebracht. Man hat eine gute Geschichte, die wirklich schön vorangeschritten wird. Und was ich hier an dem Band wirklich sehr, sehr cool fand, ist dann auch später, dass man hier nochmal eine kleine Origin-Story eingebaut hat, die echt sehr viel Spaß macht. Und das, liebe Leute, ist nämlich die Origin von Roy Harper, also Arsenal. So, und das ist megagut, weil ich habe Arsenal nur aus den Red Hood and the Outlaws Megabänden kennengelernt. Und jetzt sehe ich auch, wieso das Verhältnis zwischen ihm und Green Arrow so mega angespannt war. Klassisch hat man hier das Drogenproblem von Roy Harper mit eingebunden. Man sieht die beiden auch als junge Männer, wie die aufeinandertreffen. Also diese Dinge sind hier alle vorhanden. Die nehmen allerdings auch so eine gewisse Leichtigkeit aus dieser ganzen Sache mit raus. Was ich ein bisschen... Es ist schon hart, aber das zeige ich euch gleich nochmal. Also wie gesagt, ich finde es hier einfach cool. Man hat ja auch so einen New 52 Look bei Olli, wann man eben diese Rückblenden zeigt. Das heißt, das ist meine erste richtige Berührung auf Papier mit diesem Oliver Queen gewesen. Finde ich hier echt cool. Und das fand ich dann auch spannend, mal zu sehen, was da im New 52 so los war. Aber ich wusste das alles nicht. Wir sehen hier, dass Roy eine eigene Agenda verfolgt. Und er versucht hier so einen Gang aufzuhalten, die in sein Reservoir oder in das Reservoir seiner Familie, Anverwandten und Bekannten eindringen will. Versucht er zu stoppen. Oliver kommt auch ein bisschen zur Hilfe. Aber eindeutig könnte man sagen, so richtig Bock hat er da auch noch nicht. Das sind dann so Zeitsprünge, die hier hin und wieder passieren in der Erzählung. Das ist aber nicht schlimm, weil wir immer noch diese Abwechslung gut geschrieben hier drin haben. Und das macht das alles wunderbar lesenswert. Besonders empfehlenswert finde ich es dann auch für die Leute, die jetzt nicht die New 52 Bände nochmal neu kaufen wollen, sondern halt einfach hier mit am Start bleiben wollen. Der Villain dieser Mittelstory ist Count Vertigo. Das ist ein sehr psychologisch angehauchter Gegner hier. Also im Rahmen dessen, dass es hier um das Beziehungsgeflecht Roy Harper, Oliver Queen geht und die Abhängigkeiten, die Roy hatte. Doch an dieser Stelle ist das hier sehr, sehr cool. Macht auch sehr viel Sinn und zeigt viele Querverbindungen, die hier abgehen. Also das macht schon eine Menge Spaß. Es gibt hier auch ein bisschen Artwork zwischendurch, was ich nicht ganz so geil finde. Was man dann angewendet hat, um die Konflikte zwischen Oli und Roy nochmal zu zeigen in der Vergangenheit. Hier hat Roy eine Party gefeiert und es geht Oli voll gegen den Strich. Ihr seht, das ist irgendwie nicht so cool, wie jetzt hier direkt daneben, die nächste Seite. Das macht das für mich auch ein bisschen merkwürdig. Ist aber nicht schlimm. Ich meine, es sind kleine Abstriche. Manchmal haben Künstler auch einfach ein bisschen schlechte Tage. Aber insgesamt finde ich das hier sehr gut. Hier sehen wir dann nochmal so auch wieder Rückblicke in Roy Harpers Kindheit. Also es ist nicht nur Origin, die sich nur auf das bezieht, was er mit Oliver erlebt hat, sondern wirklich weit zurück geht. Erklärt, wo er herkommt, wie er aufgewachsen ist und, und, und. Und das finde ich, ist eine wirklich wunderbare Sache, weil ich wüsste jetzt nicht, dass der Charakter an anderer Stelle schon mal so gut in den Fokus gerückt worden ist und das noch nicht mal in seiner eigenen Buchreihe, was ich wirklich genial finde und auch irgendwie mutig, dass man das hier getan hat. Aber mir gefällt es und dieser Mittelteil ist dann wirklich gut. Bei dem Einfluss von Count Vertigo allerdings wieder an anderer Stelle sehen wir hier viele Szenen, die Oliver mit seiner Mom zeigen zum Beispiel. Also der hat dann so diese Backflashs oder Fantasien und üblen Visionen, die relativ hart sind. Dann, wie er Probleme mit Diggle hat. Hier seht, er hat hier keinen Bart, also es ist dann direkt schon mal hervorgehoben, dass das eine andere Ebene ist in der Erzählung. Und, dass das auch nicht nur bei dem so ist, sondern wir auch hier noch andere Figuren haben. Hier, wie Royer dann sich einen ansäuft und so weiter. Und, dass Vertigo dann hier probiert, alle diese Figuren zu brechen und dass dann auch die ganze, ich sag mal, Queen-Familie hier Probleme hat, außer Black Canary, die dann versucht, die Leute da zu retten. Und hier sehen wir die dann, under the influence of Count Vertigo. Ja, dass man dann hier auch nochmal sagt, okay, jetzt gehen wir an der Black Canary, dann nochmal so ein bisschen Vorzug in der Story, die dann hier mit ihren Kräften wirkt. Dann erwachen alle auch irgendwie aus ihrem Vertigo-Koma und so weiter. Das ist eine echt gute Erzählung. Sie ist sehr psychologisch, wie ich finde. Sie ist flott erzählt, sie ist schön erzählt, sie ist stilistisch toll. Die Farbenaufteilung, die Panels gefallen mir. Und jede Menge Action gibt es hier auch. Und das finde ich ganz besonders gut, dass es hier alles nicht so super hektisch vorkommt, sondern wie ein stylischer Fluss aus coolen Action-Szenen. Also insofern ist Green Arrow hier wirklich top. Und was ich wunderbar fand, ist dann halt auch einfach, dass man hier nochmal so Wert auf die Familienszenerie gelegt hat bei Green Arrow, was ich an den Kevin-Smith-Run ja auch super geliebt habe. Und hier einfach dieses Feeling für mich wiederkommt. Also insofern kann ich sagen, Rebirth, Baby. Das hat absolut hier gezündet. Wir kehren dann allerdings danach in der Story wieder dahin zurück, dass der neunte Zirkel ja probiert, Green Arrow, naja, weiter zu, ja, wie soll ich das sagen, zu sabotieren, seine Machenschaften, ja. In Seattle, wo Green Arrow hier agiert, ist auch jede Menge los. Und was hier alles passiert. Wir haben Häuser, die einstürzen. Wir haben, dass der neunte Zirkel mit seinem bekloppten Maskenscheiß immer weiter und weiter agiert. Und das sieht dann auch noch alles sehr bedrohlich und gruselig aus, wie ich finde. Das ist stilistisch wunderbar umgesetzt, dass die Bedrohung hier ernst wird, dass diese Typen langsam auf dem Vormarsch sind. Und dann haben wir dann noch dieses Bild hier. Und die ganze Story heißt ja auch der Aufstieg von Star City. Was könnte das denn nur bloß bedeuten? Ich meine, das ist ein bisschen Wink mit dem Zaunpfahl. Aber was hier abgeht, wie am Arsch die Stadt ist, die Bedrohung, die wird hier auf einmal sehr, sehr real. Nachdem man ja gerade noch so ein schönes friedliches Ende im Mittelteil gehabt haben, geht es hier echt voran. Unsere Helden probieren alles aufzuhalten an Gefahren, die Genmörder, Serienkiller. Wir haben hier jede Menge fiese Sachen, die auftauchen, gegen die Green Arrow jetzt agieren muss. Und das ist wirklich einfach geiler Scheiß. Und was ich natürlich auch sehr heftig an dieser ganzen Sache finde, ist, dass man ja im Grunde gewisse Traumata der letzten fast 200 Jahrzehnte hier aufarbeitet. Weil es sind ja alles irgendwie, wenn ihr gerade an das einfallende Haus denkt, hier haben wir ein Flugzeug, was ins Terminal crasht und alles. Oder einfach in einem Flughafen. Das sind ja alles Dinge, die sind ja real. Also das sind Dinge, die sind passiert, diese terroristischen Attacken. Sei es, es ist jetzt auch egal, aus welcher Sicht, ob die religiös oder politisch motiviert waren. Hier sieht man eindeutig, dass das aufgegriffen wird, dass das nicht unbedingt noch ein Tabuthema ist. Und dadurch, dass wir ja einen relativ liberalen Helden haben, was heißt relativ ist, ist einfach so mit Oliver Queen, dass der natürlich an dieser Stelle einfach für das Richtige weiterkämpft. Und das finde ich sehr, 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 sehr gut. Und auch ein Wahrzeichen wird hier zerstört. Also das ist dann wieder so ein Punkt, ja. Wenn hier die Space Needle oder wie es heißt, von Seattle kaputt gesprengt wird, dann ist das schon so ein Schlag in den Magen. Also das ist, wie gesagt, irgendwie krass. Aber man sieht hier, die Bedrohung ist echt. Und Team Arrow gibt hier alles. Also wir haben hier wirklich alle zusammenarbeiten. Roy ist hier gegen Ende mit am Start. Black Canary. Ähm, ja, Emiko, die Halbschwester von Oli ist ja auch mit drin. Die ist ein bisschen wichtiger im ersten Megawand, aber hier kehrt sie quasi wieder. Und es wird eben zusammen gegen diesen neunten Circle kämpft. Diese mega krasse Untergrundorganisation. Das sieht dann eher so aus, als wären wir hier ein bisschen Tempel des Todes bei Niana Jones mäßig unterwegs. Ähm, was der ganzen Sache schon beinahe so eine übernatürliche Note auch gibt. Aber mir gefällt das sehr gut. Alles, was hier drin ist, hat einfach Hand und Fuß. Und ob und wie Oliver Queen halt den neunten Circle besiegt. Ob er überhaupt wieder seine Firma zurückbekommt. Ja, das sind alles Dinge, die lasse ich jetzt mal offen für euch. Äh, ich kann nur sagen, Green Arrow ist ein wahnsinnig geiles Lesevergnügen gewesen, was mir unheimlich gut gefallen hat. Ich weiß, ich sage das immer mit dem gut gefallen, aber das ist wirklich geil. Ähm, die Künstler hier drin, diese Arbeiten, die hier geleistet werden, das ist wunderbar, also ich bekomme dann richtig Lust nachzugucken, was haben die Jungs sonst so gemacht. Juan Ferreira hat mal Suicide Squad gehabt, Otto Schmidt hat, ähm, bei Harley Quinn gearbeitet, wo sein etwas kantiger Stil, ich sage mal, für diese witzig anarchische Figur auch sicherlich einiges tut. Hier, finde ich, ist das, ähm, auf eine gewisse Art ein auflockernder Stil, der mir sehr gut gefällt, wenn ich hier an so die Arbeiten von Phil Hays, das denke ich, der so ein bisschen in den, ähm, Bruce Timm Animated Style hineingeht, ihn aber nicht eins zu eins kopiert. Und hier, das ist, äh, nicht ganz so abstrakt, ähm, passt aber, finde ich, für Green Arrow sehr gut, weil, ähm, ich finde einfach, das, äh, hat den ersten Mega-Band echt, äh, gut aussehen lassen und den zweiten auch. Also von mir ist das hier eine deutliche Leseempfehlung, der Mega-Band 3, wenn ich mal gucken, kommt, äh, 2019 raus. Hier haben wir 15 US-Ausgaben, das sind über 350 Seiten, Leute. Ja, ähm, der ganze Spaß liegt bei 34 Euro. Ich, äh, kann sagen, danke, Panini, also das ist, äh, ein Wahnsinns-Exemplar von der Rezension gewesen. Ähm, danke, danke, danke. Und ich möchte euch jetzt nur noch sagen, wir bleiben demnächst bei DC. Was ich nämlich vorhabe ist, ich habe von vielen Leuten gehört, im Internet, Instagram und so was, ja, beim dritten Hellblazer-Band, ja, komm, wir geben Konstantin nochmal eine Chance. Ähm, ich habe letztens Konstantin City of Demons gesehen. Ja, freue mich dann schon drauf, dass ich euch hier die Wende 2 und 3 der Comic-Reihe zeigen kann. Ich habe jetzt ein bisschen vom zweiten Band gelesen. Ähm, nur mal so eine kleine Info, das wird dann halt das nächste Video sein. Kann auch sein, dass ich dann ein längeres DC-Video einfach mache und noch ein paar andere Comics da reinknalle, weil Hellblazer ist ja früher mein Vertigo gewesen. Ja, das war es noch von mir. Ich kann nur sagen, Megaband 2 von Green Arrow, der Aufstieg von Star City, mega geiles Buch. Nochmal für alle, mega geiles Buch. Wow. Ja, äh, wir haben hier eine Origin-Story, wir haben hier Green Arrow auf der Flucht, wir haben ihn hier, äh, all seiner eigentlichen Möglichkeiten beraubt, aber er gibt trotzdem nicht auf, was ich besonders geil finde. Ähm, und hier ist die Scheiße richtig am Dampfen, das ist alles so ein bisschen, ähm, muss ich so, ich sag mal, am Batman-Beginns denken, zum Ende dieses Bandes hin, ja, nur das hier keine Liga der Schatten, sondern neunte Zirkel so ungefähr, äh, kam mir das vor. Also, ich kann nur sagen, äh, der Hype ist real, was mich angeht, und würde mir beinahe wünschen, wenn, ich hab, keine Ahnung von der Staffel 6 von Green Arrow, aber, ähm, oder von Arrow, so, aber ich würde mir mal wünschen, dass das Fernsehen mal wieder mehr hierhin zurückkehrt und wir alle einfach nur ne geile Zeit haben mit dem Helden im Grünen. Das war's von mir, ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut, der Winter kommt, Winter is coming, und dann sehen wir uns bald wieder mit Konstantin, John Konstantin. Jahrh Juss plansche Juss Bye Juss Sankt 10